Das ist genau das, was ich nicht verstehe. Ich würde sagen, wir machen mal unsere Schwitzkacke-Zeugs. Das ist ein Weg hier, aber das ist gut. Ich glaube, wir tun aber das ist gut weg. Hallo? Ja. Ja. Aber hier schon? Das ist schon wieder das. Ne, das ist das hier. Ja, aber was sonst können wir hier finden? Tja, bisschen doof ist es jetzt schon, dass wir einfach... Oh. Okay. Dann raus. Und da war da noch ein Freier. Ja, ich würde sagen, wir bauen noch ein bisschen ab. Das weiß ich. So, das holte ich jetzt nicht mehr. Gut. Gut. Aber... Die Frage ist... Was machen wir? Was machen wir? Oder kommen wir da hoch? Das machen wir aber nicht. Dann kommen wir ja wieder in diese Höhe. Dann gehen wir nochmal weiter. Dann gehen wir nochmal weiter. Dann gehen wir nochmal. Irgendwo hin, von wo wir kamen. Aber egal. Ich wusste es halt schon mal gerne. Da ist nochmal eine Höhle. Aber ich glaube, das ist die Höhle, die wir auch schon hatten. Oder? Dann gehen wir mal rein. Ja, die geht einfach nur durch. Und wenn das jetzt zu diesen... Ah, jetzt ist wieder der andere. Okay. Da schon. Okay. Das ist also jetzt wirklich was anderes, Alter. Das ist aber ganz in der Nähe von da. Ja, das war da, wo wir dachten, da wäre was, oder? Oh, Mann. Wo hab ich denn das jetzt gesehen? Was war denn das jetzt? Ja, ist ja gut. Wow. Wow. Ich bin ja schon weg. Das ist gut. Auf dem Fenster. Nein. Ja, geht doch bitte. Komm, wir gehen mal. Da runter, weil da ist noch was, was ich noch nicht gesehen habe. Doch, das habe ich schon gesehen. So, und jetzt reparieren wir hier. Hier mal. Dann gehen wir mal da rein. Aber... Warum? So, ähm... Zack. Dann könnte das dann doch irgendwie richtig sein. Frage ist nur, finden wir zurück, ne? Die Frage ist nur, finden wir zurück, ne? Aber wo? Ist ja gut. Den werde ich nicht töten können. Den werde ich nicht töten können. Aber die Richtung ist sehr gut. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Das ist okay, mal weiter. Ich bin so ruhig geworden. Okay. 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 Und jetzt sollten wir vielleicht versuchen... Ne, da kommen wir nicht hoch. Mhm. Da kommen wir aber hoch. Sehr schön. Ah ja, das ist es. Glitchi, Glitchi, Glitchi. Das heißt, hier sollten wir vielleicht gar nicht sein, oder? Gut. 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 Ich weiß nicht. Gut. Ja, ein bisschen weniger Wetter wäre halt schön. Das haben wir hier. So, das Ding hier. Gucken wir uns mal genauer an. Was geht da rein? Das ist die Frage. Können wir da durch? Ja. Komm, jawohl. Glitsch, glitsch. Warte. Okay. Ah, warte. Da geht's ja auch rein. Hier sind wir erstmal sicher. Und steigen. Aua. Und dann schauen wir uns das mal an. Haben wir es ja doch geschafft. Mhm. Großer Smaragd, aber das wird ja nicht alles sein. Das könnte alles sein. Das könnte dich von, ich weiß nicht, enden mit Höhlen, wo deine Augenhäuser gehen sollten. Das passiert nicht. Zumindest nicht seit der vierten Iteration. Aber wo? Und wo kriegen wir das hier? Keine Ahnung. Aber wir kommen gut voran, ne? Oh, da sind ja schon wieder diese Dinge. Die wir aber nicht gebrauchen können, weil... Was haben wir denn da? Wieso lässt sich das nicht scannen? Ich hätte es gern gescannt. So, ich glaube, wir sind hier fertig, oder? Ähm, warte mal, da war noch was. Ja, das haben wir. Aha, gut. Mhm. Mhm. Gut. Äh, ja. Nein. Ein Schlafen. Habe ich repariert? Ja, alles gut. Dann gehen wir hier wieder raus. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie... ...zurückkommen. Ist aber, glaube ich, kein Problem, weil das hier hat uns irgendwie zurückgeführt. Ich bin mir sicher, wir sind hier fertig. Das hier geht zwar Richtung Seebahn, aber... Ach komm. Leute, ihr sterbt doch einfach nur. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir gehen einfach mal... Richtung Seebahn. Oder müssen wir? Wir haben keinen Platz mehr. Ja, ist ja gut. Ja, ja. Ja, geh weg. Ja, da können wir nicht raus, oder? Hallo. Nein. Das sieht gut aus. Was ist das denn? Okay. Okay. Kommen wir da irgendwie hoch? Hallo? Ja, ist ja gut. Oh. Ja, ja. Ich kann mir vorstellen, dass sowas auch eng werden kann. Nur ist die Frage jetzt... Ja, da waren wir, oder? Oh, wo ist der? Oh, ja, warte. Ah, ha, 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 ha. Ja, da kommen wir jetzt wieder bei anderen. Das ist gut. Warte mal ganz kurz. Kupfer. Da. Hier unten was ich mir doch nicht tue. Ey. Oh, oh. Ein ganzes Sack. das ist nicht schön und ich dachte gerade, er hat uns eingeschüttet hat er aber nicht, geht gar nicht hier waren wir ja relativ früh wo ist das? da sind die Leitern, ist das das Ding, was ich dachte, das ist wer kam, hat mir ein bisschen Trickserei äh, ne, war aber anders aua was ist das? ja, aber dafür ist es auch nicht so wichtig, ne nur mal schnell gucken okay, das ist also nicht das, wo ich dachte, dass es ist oder ähm warte mhm, komm, Wasser nährstoffblock nehmen wir immer ähm, mit kindern auch gut ist das? aber das ist eine andere Stelle fuck ja, Batterie garantiert ah, nein nein, 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 nein so, das könnte aber helfen oh mein Gott, ist hier viel Ärzt und Zeug vor allen Dingen geht's immer näher Richtung Seebahn okay hm, das gefällt mir jetzt gar nicht ja, alles gut ja, alles gut toll, gut die beste Platz, um sich zu verlaufen also Kalorien intake recommended, dann nehmen wir doch gleich den Block vital signs stabilizing ich weiß äh 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 oh, das geht ah, hier sind wir ja hm, das verstehe ich zwar aber von hier aus geht's nicht weiter wir müssen irgendwie gucken, wie wir da hingekommen sind ich glaube ja, jetzt kommt der wieder der interessiert mich aber nicht ich muss doch ah, da ist eine Höhle hilft die haben wir das schon öfter probiert das ist diese Höhle die ist praktisch weiter weg von dem, dem Vieh, oder? 500 Meter die Richtung das muss doch gehen doch, geht's wieder im Preis ne, das da ist neu aber das doch nicht fuck super, geht's stop die die die